Viele Dächer der Bestandsgebäude sind derzeit unzureichend oder gar nicht gedämmt. Die alten Dachsparren zeigen, hier können nur geringe Dämmstoffdicken eingebaut werden. Außerdem sind die Sparren so unterschiedlich dimensioniert, dass Zusatzmaßnahmen ergriffen werden müssen. Die Lösung der Isoflock Dämmprofis Mit dem Sparren-Expander wird das Gebälk in einem Arbeitsgang exakt ausgerichtet sowie der Dämmholraum optimiert. Durch das geringe Gewicht sind sie schnell montiert. Es entsteht zudem eine wärmebrückenoptimierte Konstruktion, die mit anderen Wehrstoffen so kaum herzustellen ist. Nach der Beplankung der Tragkonstruktion kann der Hohlraum per Isoflock schnell und kostengünstig gedämmt werden. Die per Druck in die Hohlräume eingeblasenen, elastischen Flocken schmiegen sich an alle Bauteile an und garantieren daher eine fugenlose, dauerhafte und sichere Dämmwirkung. Keine noch so verwinkelte Ecke des Dachstuhls ist vor Isoflock sicher und gewährleistet somit einen optimalen Schutz vor Hitze und Kälte. Isoflock garantiert handfeste Behaglichkeitsvorteile, niedrige Heizkosten im Winter, angenehm kühle Räume im Sommer, einen ausgezeichneten Schallschutz plus das gute Gefühl mit niedrigstem Primärenergieaufwand eine maximale Dämmwirkung erzielt zu haben. Wir meinen eine rundherum intelligente Entscheidung. Dämmwirkung